Dies ist mein Terminplan für morgen, den 8.08.2020, ein Tonnisdatum übrigens. Um circa 8 Uhr wird auch das erste Video erscheinen. Ihr seht, 10 Videos warten dann darauf, hochgeladen zu werden. Die werde ich natürlich vor der angegebenen Uhrzeit hochladen und ab der Uhrzeit. Deswegen stehen auch die Zirkas da. Zum Beispiel eine kurze Erklärung. Zum Beispiel werde ich das Video vor 8 Uhr aufnehmen und dann ab 8 Uhr genau hochladen. Und je nachdem, wie lange es dauert, es hochzuladen, wird das Video dann drauf sein. Vier mal eine Nine-Dart-Challenge. Da werde ich mir übrigens immer ein Zeilen aussuchen. Und gucken, wer wie viele Punkte mehr machen kann. Dann vier Minecraft-Evisionen, muss ja auch weitergemacht werden. Dann um 12 Uhr ein Murmelspiel. Es zählt zu den Experimenten. Und dann mein Terminplan für Sonntag am Ende des Tages. Das ist nochmal die Übersicht. Und ich würde sagen, wir hören uns dann morgen wieder. Und bis dann. Aufono a Karlsruhe.